Was ich gar nicht wusste, du hast es angesprochen, dass hier jeder Nachwuchsaufgaben übernimmt. Es hat vorhin eben Jülus erzählt, der Tim Hammann-Server hat in Jülus drin. Er hat eine gewisse Zeit, also von daher auch da Qualität mitgegeben. Der Tim hat viele Jahre mit dem Steffen zusammen sogar jeweils die Mannschaft betreut. Und da war offensichtlich auch Mainz-Rummel mal am Start. Der Tim hat viele Jahre mit dem Steffen zusammen sogar jeweils die Mannschaft betreut. Und da war offensichtlich auch Mainz-Rummel mal am Start. Und da war es nicht so, dass die Mannschaft betreut. Danke.